Metal Leute, Zeppelin hier. Heute geht es mal um was ist abfuckt und zwar einfach, es kommt eher von jüngeren Leuten, also von Leuten die noch nie YouTube gemacht haben oder YouTube nur kennen wie GELD, ne, einfach dieses Statement, wenn man frisch mit YouTube anfängt, was ich auch schon öfters gehört habe, zumindest von den Leuten, die man ihn kennen kann, einfach, ja mach doch längere Videos, wenn du mehr Aufrufe möchtest, es geht doch gar nicht darum, dass es dir gefallen muss, was du machst, ne, ich hasse solche Leute einfach aus dem Grund, weil sie nicht wirklich verstehen, aus welchem Grund YouTube überhaupt im ersten Platz existierte, ne, so, es war früher mal Broadcast Yourself, mach das, worauf du Bock hast, weil das gibt es irgendwie heutzutage nicht mehr, weil die alle haben irgendwie gesehen, dass ein, was weiß ich, ein Montana Black, ein Paluten oder wie die ganzen Dichser heißen, ich schau kein deutsches YouTube mehr, so, ne, Alles, alle machen so über 10 Minuten Videos, weil, ne, Watchtime, ja, es ist ein Ding, Watchtime, aber, es ist halt einfach so krank, dass so, das erste, was die dir sagen, Ja, mach doch mal längere Videos, weil, als gäbe es nichts anderes, was du verbessern könntest, so, das ist immer so der Hauptkritikpunkt, dass man halt nicht lang genug Videos macht, ich, ich sehe es aber auf der anderen Seite so, Wer will sich ein fucking 30 Minuten Video geben, so, besonders von einem Typen wie mir, 30 Minuten lang labern, von mir will sich kein Mensch geben, da glaube ich nicht dran, dass ich das irgendwer freiwillig geben würde, so, das ist halt einfach ein Ding, das wird nicht passieren, dass ich das Leute wirklich 30 Minuten lang, 40 Minuten lang einfach mir, zu sich geben, wenn man, wie ich, von mir irgendwas erzähle, so, darum halte ich meine Videos so in 2, 5 Minuten Bereich, also ganz selten 5 Minuten, das ist halt einfach der Grund, weil, Leute haben, haben so eine gewisse, haben so eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne, und, das ist halt nicht wirklich dann noch friedlich, wenn du irgendwie so ein 40 Minuten Video jedes Mal rausbringst, was man sich dann komplett anschauen soll, das macht halt kaum einer auf YouTube, das, na klar, du hast eine lange Watchtime, aber, das ist halt für mich einfach nicht wert, so, ich wollte das einfach mal rausposaunen, ist ja eigentlich auch scheißegal, das ist auch ein Video, bleibt toxisch, endet mit die Glocke, deabonniert mich, disliket meine Videos, und jetzt, Lass mir holen, zu Ende, ja!